Ich laufe ja schon. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, dass sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halte F gedrückt. Halt, halt, halt. Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Artyom, hilf mir mal. Nein, Moment, ich kann grad nicht nur von der Taschenwaffe aufladen. Wie cool. Ey, die Entwickler von dem Spiel haben sich echt Mühe gemacht. Das ist noch nicht passiert. Ja, Sekunde. Okay, das ist unlogisch, aber egal. Scheiße, überall Spinnweben. Diese kleinen Dinge können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße. Die sind ganz nah. Bord, Kation. Keine Hektik. Ne, ne, ich packe noch grad ein paar Spinnenweben ab, mein Freund. Sieht frei aus. Lass uns gehen. Wärte. Sieh mal so ein Eide sind. Kann ich erkunden. Ich will mir alles angucken. Das ist hoch. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Sieh. Generator läuft. Frei. Monsieur. Machen wir eine Pfand mit diesem Baby, hm? Also, was ist jetzt? Ja, voll krass sagen. Speicherpunkte sind kein gutes Zeichen in solchen Situationen. Mal schauen. Bremse angezogen oder was? Scheiße. Komm schon. Wann wer denn? Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Scheiße. Das sind echt viele. Oh, was denn, Alter. Oh. Oh, was denn, Alter? Oh, was denn? Oh, was denn? Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist mir sein Bauch. Ja, besonders schwer war das jetzt auch nicht. Wenn man anleuchten kann, ist gut. Ah, wo ich immer was fast beilaufe. Das heißt, Spinnenweben machen immer so mega langsam. Du gehst nach da, dann geh ich nach hier gucken, würde ich mal sagen. So viel Zeit muss sein. Siehste mal. Sieht auch nicht mehr so frisch aus. Was sind Frischhaltefolie, die du umgewickelt hast? Die werden nicht so scheiße aussehen. Das ist hoch. Los geht's. Ja, und jetzt? Das ist ein bisschen tief. Mist, die schon wieder. Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren. Ich versuche, uns rüberzubringen. Klasse, das sollte gehen. Artyom, Artyom! Komm und fief mir das Rostbezieher. Alter, mit welchen übermächtigen Kräften haben wir gerade das Rohr aus der Bewährung rausgezogen? Artyom, Artyom, Artyom! Nyaaah! Hop! Mach's mir nach! Artyom. Schnapp, entlang! Chnapp, entlang! Schiess, wenn sie offen ist! Kusch! Sofort abschiessen! Hier! Ich hebe dich hoch! Ich hebe dich hoch! Sie sind drinnen! Artyom, hilf mir! Vielen Dank! Schnell, schnell, schnell! Bewegung! Hier! Oh! Ja klar! Ich hoffe doch mal, dass ich Tartan bin und er ein Jane und nicht umgekehrt! Ich hoffe doch mal, dass ich Tartan bin und er ein Jane und nicht umgekehrt! Alles klar, Artyom! Komm schon! Los geht's! Boah! Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das, ihr Schlampe? Okay, hier sind wir sicher! Komm mal hier hoch? Warte einen Moment, Artyom! Ohne Licht ist das schlecht! Lass mich eine Fackel oder sowas machen! In Ordnung! Es werde Licht! In Ordnung! Lass uns gehen! In Ordnung! Scheiße! Artyom! Artyom! Bleib dicht bei mir! Artyom! Verschill dich! Weg! 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 Scheiße, sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte führen nach... Ah, da! Hey, sieh mal, Tatanjón. Du hast die Handel. Wenn du Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungsgasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Das werde ich wohl schaffen. Dann, äh, wollen wir mal. So, ich habe wieder ein bisschen Zeit, um zu lesen. Könnt ihr einfach Pause drücken. Und Seite 2. Achso, na egal. Ich dachte, da wäre noch mehr. Ja. Mann, wilde. Ich verarschte das, die passen nicht. Junge. Oh, jetzt gerade bist du ein bisschen... Die wollte mich anscheinend einfach nur abfucken. Ne, also ich wäre ja dämlich, wenn ich das Licht hier ausmachen würde mit E. Okay. Kann ich mal durchnehmen. Oh. Das ist lecker. Oh. Das ist lecker. Tödliche Waffe in die Tasche. Oh. Oh. Das geht'n ab. So. Die ist verschlossen. Hier komme ich zurück. Und hier ist der Generator. Wie mache ich den an? Wahrscheinlich musste ich jetzt die Taschenlampe wegpacken. Äh. Das Feuerzeug. Ah. Clever. Ja. Jetzt ist meine berechtigte Frage, worin gehen die ganzen kräftigen Abgase hier? Naja. Schließen kann ich vom Griff. Das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metroeingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Die Oberfläche, cool. Ich fand's draußen sowieso interessanter als hier unten in der Kategorie. Alleine, weil man mehr sieht, ne? Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Hoppa! Wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu nehmen. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Hey, Freund. Ich könnte eine Uhr brauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreuen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheisse hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. W-